Es ist Montag, 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. An einer roten Ampel warten mehrere Menschen. Darunter ein blinder Mann mit seinem Führhund. Dieser Hund hebt plötzlich das Bein und pinkelt den Mann an den Fuß. Dieser bückt sich und streicht dem Hund über den Rücken entlang. Daneben steht eine Frau und sagt, wow, das ist wahre Tierliebe. Plötzlich hebt der Hund das andere Bein, und pinkelt auch die Frau an. Auch sie bückt sich und streichelt den Hund. Worauf der blinde Mann sagt, ich streichle den Hund nicht. Ich schau nur, wo sein Arsch ist, damit ich mal reintreten kann. Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Wenn euch gefallen hat, würdet mich freuen, wenn ihr ihn herum erzählt, euren Freunden, eurer Familie, euren Schulkollegen, Arbeitskollegen. Habt damit einen lustigen Start in die Woche. Und wenn ihr nächste Woche wieder dabei sein wollt, lasst mir ein Abo da, oder schaut an meiner Facebook-Seite MabacherTV vorbei. Bis dahin, danke und Baba.